Musik 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 Oh Gott Musik Musik Und damit erstmal Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Minigame, einem kleinen super männlichen Game Ich würde sagen, wir machen diese 10 erreicht eigentlich schon locker Dann können wir mal 28 Ok, alles gut, alles Auf left, ok, gut Das klingt erstmal ganz gut, ich habe keine Ahnung was man hier machen muss, sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich neues aus Ach nein, man kann ja sogar zu zweit spielen Ein Player Und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal ein New Game LOL Jo Musik 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 Press left or right to check the control Also wenn man mit den Feiltasten läuft, ok To work, check controls Der macht immer so Dance Das ist Koko, der Koala wäre Okay Ah, da ist jetzt L Ist das so ein Mario? Warte mal, was ist Item 1 und Item 2? J und K Ok J Ok Aber das ist ein Schweinchen Ali Ah, das Arme Das macht jetzt mein Gesicht dabei Der Kopf wird immer zermatscht Oh, das war falsch, Justin Ok Ok Was ist das Gitter, der da? Easy 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 Das ist mega geil Alter, mega nice Nein Achso, so Puh Alles klar Oh, die Steuerung ist echt schwammig Weil, man springt so und der stoppt in der Luft Also man läuft, springt und der stoppt einfach Achso, jetzt müssen wir wieder das aufheben Ah, jetzt müssen wir hier schnell Okay, K Und so kommen wir da wieder durch Ok 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 down Tok To 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 Nein, da ist irgendwas Goldenes. Alter. Ach, nur so können wir daran vorbei. Nein. Ja. Gut. Oh Gott, da sind wir. Okay, okay, okay. Da oben müssen wir hin. Ich glaube, das ist irgendwie nicht schön. Als ob man alle Sachen verliert. Okay, komm. Oh, das ist so unfair. Okay. Okay. Was ist denn das eigentlich für Schien? Okay, das ist halt der Söder. Total. Nein. Okay. Wir müssen hier doch gar nicht hin. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein. Okay. Ja, nice. Okay, und jetzt kommen wir hier. Oh ja, Alkohol. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube, das ist gut. Oder ist das gut? Was müssen wir jetzt machen? Ach, jetzt haben wir einen Sklaven. Alles klar. Hä, was macht der da? Der schneidet mit irgendeiner Hacke den Busch. Okay, das wird ein bisschen. Na ja. Müssen wir jetzt einfach weitermachen? Ach so, das sind wahrscheinlich verschiedene Level. Okay, okay. Dann wird das jetzt mega Speedrun. Ach, eins von zwei haben wir hier nur. Aber muss irgendwie alles einsammeln. Neu. Ach, die sind alle noch verschlossen. Okay. Ah, das ist ein Esel. Hä? Hä? Was ist das mit der 보세요? Hä? 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 Nixklar, der Küktlein einfach mal weg. Oh. Yo. Wie schnell schießt der denn? Wie schnell schießt der Küktlein. Don't get too close. Oh. Alles klar, das wäre... Gott. Ich habe schon verstanden, wie das hier läuft. Okay. Alles klar. Das Glied aber mega. Okay, erstmal brauchen wir hier... So. K. Dann hier wieder das Eselvieh. ... 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